Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch ganz ganz herzlich zu dieser kostenfreien, fünfteiligen Online-Schulung zur holistischen Zahngesundheit. Mein Name ist Irmgard Brönder, ich bin Mental- und Bewusstseinstrainerin und Lebensfreude-Coach, helfe in erster Linie Frauen dabei, in ihre wahre Kraft, Stärke und Energie zu kommen und freue mich da sehr über die Zusammenarbeit mit einer wunderbaren Fachfrau in dem Gebiet der holistischen Zahngesundheit, Dr. Med Karin Bender-Gonzer und da gebe ich jetzt gerne an dich ab, damit du so ein bisschen zu deiner Intention und zu dir erzählen kannst, für diejenigen, die dich jetzt auch zum ersten Mal sehen. Sehr gerne, also mein Name ist Karin Bender-Gonzer, ich bin Zahnärztin seit 1992, habe bis 2014 in der zahnärztlichen Praxis gearbeitet und habe mich dann auf einen anderen Weg begeben, habe vorher schon sehr viel ganzheitlich gearbeitet, aber bin durch eine eigene Krankengeschichte auch mehr auf den spirituellen Ansatz aufmerksam geworden und habe über diesen Weg praktisch den Zugang zur holistischen Zahngesundheit gefunden und verbinde jetzt sozusagen Aspekte auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene in einen holistischen Heilungsansatz. Also ich sehe mich jetzt eigentlich als der Begleiter meiner Kunden, ich sage gar nicht mehr Patienten und vermittel sozusagen ein Wissen, das den Kunden, den Klienten in die Lage versetzt, selbstverantwortlich für die eigene Heilung einzustehen und sie zu unterstützen. Und diese kostenfreie Online-Schulung haben wir in fünf Teile, fünf Videosequenzen aufgenommen, damit du, damit ihr wirklich so häpschenweise die Informationen bekommt und das auch wunderbar in euren Alltag integrieren könnt, dass ihr nicht an einem Abend da drei Stunden, überzogen gesagt, vor dem Computer hockt, sondern die ersten vier Videos, die sind so im Rahmen von maximal 30 Minuten entstanden, was man sich also wunderbar auch abends mal dann mit meinem leckeren Tee oder einem Glas Wasser oder Saft noch anschauen kann. Das fünfte Video ist ein bisschen länger geworden, weil wir da eine ganz besondere Mentaltechnik zum Auflösen anhand eines Beispieles mit einem Zahn einfach zeigen und da bedaufte es einfach so ein paar Erläuterungen, deshalb ist das ein bisschen länger geworden. Und ansonsten, ja, ich würde sagen, ihr bekommt diese einzelnen Videosequenzen freigeschaltet, bekommt die automatisch in euer E-Mail-Postfach, können sie euch dann anschauen, auf euch wirken lassen. Wichtig ist nicht nur anschauen, sondern auch umsetzen, ins Tun, ins Handeln kommen, auf eine leichte und leicht umsatzbare Art und Weise aber eben. Und dann sehen wir uns gleich in der ersten Videosequenz. Wir wünschen euch viel Freude dabei und freuen uns auf euch, bedanken uns auch jetzt schon mal für die Zeit und die Energie, die ihr uns schenkt. Und ja, bis zur nächsten Videosequenz dann. Tschüss, die Ermgad und die Karin.